Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The Warwolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir einmal finden und erkunden und dann Warwolf Inn und hier haben wir das Achievement Riesenschnupfer und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen, sammelt 100 seltsame Wachsklumpen und diese seltsamen Wachsklumpen sind quasi eine Währung, die wir auch hier in der zweiten Zone, also einmal in den schallenden Tiefen bei der Fraktion in Gundagatz abgeben können, der Konvent der Tiefe und darüber schalten wir die auch frei und zwar haben wir, wenn wir auf Rump 2 kommen, einmal die Fähigkeit Schnüffeln jeden Tag und damit können wir so komische Erde, wie es auch schon in Dragonflight der Fall war, öffnen. Wir brauchen da keine Schaufen oder irgendwas, sondern wir können einfach aufgewühlte Erde öffnen. Ihr seht die nicht auf dem Map als Schatz, aber die leuchtet so lustig und dementsprechend sieht man die eigentlich ganz gut. Und wenn wir die anklicken, dann passieren da verschiedene Sachen. Also wenn dann, es kommen ein Haufen kleine Mobs raus, es kommt ein großer Mob raus, manchmal kommen Sachen runtergefallen, da muss man sich reinstellen. Das sind immer verschiedenste Events und ihr habt gerade gesehen, da droppen quasi diese seltsame Wachsklumpen. Und wenn ihr hier in den verschiedenen Zonen rumfliegt, in Kassalgar, in allen Vieren, gibt es quasi diese Dinge auf dem Boden, da einfach ein bisschen drauf achten und dann davon ein paar aufmachen. Es gibt nicht immer was draus, also manchmal kriegt ihr gar nichts, manchmal bekommt ihr ein paar von den Teilen, das ist relativ unterschiedlich. Und wenn ihr 100 habt, gibt es das Achievement und die Teile könnt ihr dann übrigens auch, wie gesagt, in der Stadt abgeben und bekommt dann verschiedene Belohnungen für das Zeug. Gut, dann sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.